Was ich auch ganz interessant finde und das passt halbwegs gut sogar dazu, ein ganz lustiger Artikel eigentlich, den ich jetzt gelesen habe, können wir in der Beschreibung dann auch natürlich verlinken, wurde untersucht, wie viel Freizeit notwendig ist, dass das Wohlbefinden quasi noch gut ist. Und das war eigentlich eine ganz interessante, so erste kleine Studie oder ganz interessante Experimente, wo sich halt ausgestellt hat, dass es sehr wohl eine Grenze gibt von zu viel Freizeit haben, dass es einfach diesen Mittelweg geben muss zwischen ich habe genug unter Anführungsstrichen zu tun mit unter Anführungsstrichen echten Sachen und der Zeit, die ich mir selber nehmen kann für eben Hobbys oder Sport oder sonstige Klassiker. Also fand ich eigentlich ganz interessant, dass es sehr wohl diesen Rahmen geben muss, dass man sich auch irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlt, wenn man den ganzen Tag nur herumliegt, um das jetzt sehr überspitzt zu sagen und halt beziehungsweise in dem Kontext konkret herumliegt und nicht währenddessen ein Buch liest oder währenddessen seine Rechnungen sortiert oder sowas, sondern tatsächlich nur rumliegt und die Zeit geht quasi dahin. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ja auch zu dieser Grenze dazu passt, die du erwähnt hast, dass man das einfach auch für sich verstehen muss, wo es aufhört und wo es gesund ist, dass es aufhört sozusagen. Vielen Dank. Vielen Dank.